läuft die aufnahme schon ja sieht gut aus muss man immer noch mal schauen nicht dass ich dann hier eine halbe stunde rede und am ende hast du gar nichts davon mitbekommen ich begrüße dich du siehst hier ich sitze gerade im trainer mobil bin direkt beim kunden heute morgen und übermorgen haben wir da wieder einen einkäufer training verhandlungstraining ja wird spannend ich melde mich aber gerade bei dir weil ich dir ein detail aus dem neuen buch vorstellen möchte es gibt ja jetzt hier das neue buch das falsch rum gedruckte buch so ist richtig rum gedruckt profitabler einkauf aktuell und du siehst du ganz schön dick geworden das buch also da ist einiges drin gegenüber dem grünen buch ist da einiges dazu gekommen unter anderem eben die ankertechnik die ankertechnik möchte ich dir heute vorstellen weil du musst unbedingt diesen altmannsberger anker kennen und ob der jetzt von mir frei erfunden wurde oder was ein kollege hatte mit mir da diskutieren wollen tatsächlich basiert auf meinen erkenntnissen das was ich dir jetzt hier beschreibe und im buch der altmannsberger anker ist also nicht nur die erkenntnis wie man richtig ankert sondern auch die methode die dahinter steckt was sage ich in welcher reihenfolge mache ich das wie muss ich mich persönlich aufstellen damit das auch wirklich gut funktioniert lasst uns erst mal auf die herkömmliche ankertechnik eingehen wie sie typischerweise so ja genutzt wird es ist wissenschaftlich erwiesen und da also das ist gar kein streitpunkt von mir dass ich sagte es irgendwie falsch ich sage nur die herkömmliche ankertechnik taugt nichts für uns im einkauf oder auch verkauf aber die psychologie dahinter das ist erstmal wichtig zu wissen die psychologie ist auf jeden fall da und das hat man mit einem holzdrehrad zum beispiel nachgewiesen da gibt es die ich hoffe ich spreche die namen richtig aus twersky und kahnemann diese beiden personen haben dieses holzdrehrad genommen haben das wohl irgendwie manipuliert dass es entweder auf 10 oder 65 stehen blieb also die probanten haben am rad gedreht dann blieb es bei 10 oder 65 stehen und dann wurden sie gefragt was schätzen sie wie viele länder auf dem afrikanischen kontinent gehören zu den united nations in prozent tatsächlich war es so dass diejenigen bei denen das drehrad bei 10 stehen blieb eine ganz andere information rausgegeben haben als diejenigen bei denen es bei 65 stehen blieb dadurch dass man einen durchschnitt genommen hat konnte man also feststellen aha dieses drehrad hat die leute beeinflusst da wo es bei 10 stehen blieb haben die banden im schnitt 25 prozent der länder getippt während da wo es ich schaue gerade hier auf das blatt bei 65 der anker geworfen wurde durch dieses holzdrehrad was ja nichts mit der anzahl der länder zu tun hat da wo es bei 65 stehen blieb die haben 45 prozent im schnitt geschätzt 25 zu 45 prozent also eine sehr starke beeinflussung durch dieses drehrad die ankertechnik sagt also die psychologie ist so wirft jemand eine zahl in den raum also würdest du als einkäuferin oder einkäufer hingehen und in der verhandlung als erstes sagen ich möchte zehn prozent rabatt haben dann hat das eine wirkung auf die personen im raum das heißt ein verkäufer der vielleicht dachte ich möchte mit dem alten preis wieder durch die tür kommen der würde jetzt sagen 10 verlangt dann muss ich schon ein bisschen entgegen kommen und man trifft sich dann vielleicht bei fünf das wäre soweit auch sehr bekannt ja kennen wir nachteile von dieser ankertechnik sind aber zum einen die gefahr des abschneidens stell dir vor die person hätte 20 in der tasche du forderst jetzt aber nur 10 jetzt wirst du vielleicht merken dass die person sehr schnell zum abschluss kommen will also 10 prozent gemacht und denkst du da wäre jetzt mehr möglich gewesen und ich komme nachher noch auf den neuen gehaltsverhandlungskurs wenn du jetzt zehn prozent mehr gehalt verlangst hättest aber 20 bekommen können dann ist das nicht nur schade sondern doppelt schade weil es um dein persönliches geld geht deswegen ja also beim herkömmlichen anker besteht die gefahr dass du potenzial abschneidest dass du chancen abschneidest jetzt im umkehrschluss würden wir dann sagen gut dann fordern wir eben eine zahl die so hoch ist dass auf keinen fall das abschneiden ein problem sein könnte und der jack nasher professor professor dr jack nasher mit dem hatte ich mich mal darüber unterhalten und ich finde dass er beschreibt das sehr sehr gut er sagt du musst einen wert nehmen den du gerade noch begründen kannst und der sollte am rande der unverschämtheit liegen ja so weit so gut die idee ist richtig alles in ordnung aber wo ist denn jetzt der rand der unverschämtheit und wie kriege ich die ganzen informationen zusammen und da merken wir schon es wird schwierig du musst als derjenige der einen anker wirft musst du die richtige zahl kennen dafür musst du entsprechende marktkenntnis haben du musst dann übertreiben in anführungszeichen auch lügen und später dann auch nachgeben damit hängt zusammen dass du vielleicht sogar dein gesicht verlierst weil du am anfang zehn verlangt hast und am ende aber mit fünf zufrieden bist und deine gesprächspartner werden daraus ja auch lernen und irgendwann werden die sagen ja wenn du kommst und zehn prozent verlangst dann wissen wir schon dass du nur fünf meinst also gehen wir dir zweieinhalb das heißt diese ankertechnik schleift sich im laufe der zeit irgendwann bist du berechenbar und das ist glaube ich das schlimmste was uns in verhandlungen passieren kann wenn unsere gegenseite jetzt schon weiß was später das ergebnis sein soll auch das ist also nachteil dann müsstest du noch kulturunterschiede berücksichtigen du kennst das vielleicht wenn du im urlaub bist in irgendwelchen südlichen ländern hat man anderes verständnis davon was man fordern kann und ist nach wie vor noch als sag ich mal seriös bezeichnen würde und das kann je nachdem in welcher region du verhandelst sehr große unterschiede haben ich nenne mal ein beispiel der hamburger kaufmannsbrauch verlangt eine sehr viel schmalere bandbreite bei diesen forderungen dagegen nehme ich mal eine verhandlungssituation aus ägypten da war es durchaus auch in ordnung 50 prozent zu fordern das könnte wieder zu dem zweiten punkt führen eine verhandlung bei der du eine zu hohe forderung stellst also du bist mit dem was du glaubst was am rande der unverschämtheit liegt bist du zu weit gegangen und dann kommt es gar nicht zu der zu der verhandlung derjenige bricht einfach nur ab und sagt also näher frau verhandlerinnen herr verhandler das was sie da fordern ist völlig unmöglich da brauchen überhaupt nicht weiterzureden dankeschön auf wiedersehen dann hast du nichts dazu gelernt an informationen wo ist jetzt der richtige preis und hast vielleicht sogar das problem dass du eine ware brauchst die du jetzt gar nicht bekommst das können wir alles mit dem altmannsberger anker überbrücken und da ist einfach meine erkenntnis gewesen aha diese psychologie die ist gut gleichzeitig und das haben wir auch im grünen buch das hast du im grünen buch abgelesen sage ich wirf keinen eigenen anker bedeutet in der summe lass die gegenüberliegende seite einen für dich vorteilhaften anker werfen bring die gegenseite dazu dass sie im kopf etwas hat wo sie sagt oh ja unter den umständen bin ich bereit jetzt ein besonders gutes angebot zu machen und jetzt lässt du die andere seite den anker werfen und kannst diesen anker dann von der psychologie her nutzen die altmannsberger anker technik ist aber nicht allein das sondern was sagst du jetzt was machst du wie gehst du jetzt ran denn es gibt einige hürden dabei du musst ja die person erst in dieses hypothetische szenario rein führen wo tatsächlich der beste anker wert in deren kopf entsteht lass also diese person in eine art wunschsituation reingehen und frage dann den anker ab und dann bedeutet es in verschiedenen also es gibt vier möglichkeiten dann weiter damit vorzugehen nur weil du hypothetisch mal drauf eingegangen bist diese situation diese umstände zu akzeptieren die zu einem besonders guten anker führen heißt das ja nicht dass du die auch erfüllst das heißt du kannst zum beispiel diese ganzen wünsche wieder wegziehen und sagen ich nehme nur den anker wert ja das was sie gesagt haben 20 prozent bin ich mit kann ich halbwegs konform gehen mit aber ohne jegliche bedingungen so und jetzt wäre das das gleiche als hättest du von anfang an 20 prozent gefordert aber eben ohne das risiko des abschneidens weil die andere person hat ja den anker geworfen was in deren kopf passiert hast du jetzt herausgearbeitet ohne viel zeit wissen und ähnliches das heißt du kannst diese methode einfach taktisch immer wieder ablaufen lassen und das macht wieder genial einfach dass du eben auch in situationen wo du nicht ganz tief in der marktmaterie steckst diesen altmannsberger anwenden kannst die altmannsberger anwenden kannst und dann zu einem vernünftigen ergebnis kommst und verschiedene andere dinge auch noch die damit zusammenhängen nutze also diesen altmannsberger anker um leichter und gefahrloser zu deinem ergebnis zu kommen bevor wir heute schließen möchte ich noch einige dinge für dich bereit legen steiger dein gehalt das ist ein thema an dem ich jetzt gerade im hintergrund dran bin ich werde einen gehaltsverhandlungskurs anbieten einen kurs bei urs zum thema gehalt erhöhen und wie es bei mir so üblich ist wird es verschiedene themen geben die dir weiterhelfen dein gehalt zu fördern also erstmal die erkenntnis wovon hängt das eigentlich ab wie muss ich jetzt rangehen und es ist nicht das was schon auf dem markt bekannt ist das kann ich dir jetzt schon mal versprechen es sind ganz ganz viele themen die im pool zusammen für dich eine echte chance für ein höheres gehalt dann bieten gibt mir noch ein bisschen zeit dass ich diesen kurs dann fertig habe und ich werde ihn auf der webseite dann auch veröffentlichen als es lohnt sich da auch den newsletter den verhandler tippen ich mal so sagen den verhandler tipp zu abonnieren und dann kriegst du auf jeden fall diese information dann haben wir eigentlich immer mittwochs und dann nutzen wir ganz bewusst diese vokabel eigentlich denn jetzt diese woche zum beispiel kann es wieder nicht stattfinden weil ich mittwoch abend auch noch was zu tun habe aber grundsätzlich mittwoch abend 17 45 ist verhandlungs hotline zeit gratis muss da nichts zahlen aber muss ich eben vorher kurz melden damit ich auch weiß dass ich meine zeit da sinnvoll investieren dann gibt es den gratis verhandlungs blog den gratis podcast das kannst du alles auf meiner webseite finden und wenn du dann strategie gespräch haben möchtest bevor du eine wichtige verhandlung reingehst das kann ich natürlich dann nicht mehr gratis anbieten dann sprich mich bitte direkt an ja und workshop monopole ist etwas da solltest du auch immer mal einen blick drauf haben monopole sind tatsächlich etwas ganz ganz heftiges hier hat gerade ein rabe irgendwas auf ein auto geworfen was ich hier sehe ich liebe das ja hier im wohnmobil zu sein und zu arbeiten das ist so mein ding ja und dann habe ich hier nur 50 meter morgen bis zum seminar raum und dann bin ich da schon live aber ich wollte noch was zu den monopolen sagen also ganz viele einkäuferinnen und einkäufer haben monopole oder monopol ähnliche situationen die sie verhandeln müssen häufig taucht das dadurch auf dass der fachbereich oder irgendeine andere interne stelle die anzahl der varianten die man vielleicht nutzen könnte um wettbewerb zu erzeugen dass sie das einfach brutal schmal machen die haben irgendein produkt ausgesucht irgendeinen lieferanten ausgesucht und dann hast du die monopole situation zack da hört es natürlich nicht auf mit den möglichkeiten aber es wird schon etwas kniffliger dann die verhandlung zu führen und das schauen wir uns zum beispiel in diesem workshop monopole an der immer sehr sehr gut gebucht wird ich wünsche dir jetzt viel erfolg mit dem altmannsberger anker schau ihn dir an prüfe ihn auch kritisch für dich wo willst du ihn einsetzen letzten endes funktioniert es nur dann wenn du auch selbst überzeugt bist und da deinen spaß dran hast aber ich garantiere dir ich habe lange lange mit mir gerungen und gemacht und getan und jetzt sind bestimmt 30 jahre 35 jahre erfahrung da reingeflossen und ich sagte mit dem altmannsberger anker nutze die psychologie des ankerns aber gleichzeitig hast du nicht die nachteile des herkömmlichen ankers alles gute für dich und deine verhandlungen bis demnächst ich freue mich natürlich über einen daumen hoch ein like welches medium ich jetzt auch immer nutze dann gerade dass es zu dir kommt bis dahin tschüss kurs bei us immer wieder was neues